Ich soll eine Süßigkeiten-Box für die militante Veganerin machen? Let's go, Raffaela! Wir beginnen mit veganen Takis Fuego, 90 Gramm. Auch die Takis Blue Heat, unser absoluter Bestseller im Shop, ist vegan, deswegen kommt das auch in das Paket. Raffaela, wenn du Fisch vermisst hast, kannst du auf jeden Fall Swedish Fish essen, denn der ist vegan. Dann geht's weiter mit Sour Patch Kids Extreme, auch ein sehr, sehr, sehr krasses Produkt, das sehr oft gekauft wird, Raffaela. Einmal Nerds Watermelon Jerry, 46,7 Gramm. Da die Raffaela sehr wild unterwegs ist, packen wir noch eine Hot Pickle mit in das Paket. Eine Packung Mike & Ike darf auch nicht fehlen. Warhead Galactic Cubes sind auch vegan und machen eure komplette Zunge blau. Da Raffaela sich einiges traut, würde ich sagen, dass der Hot Chip auch angebracht wäre. Kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Schreibt gerne in die Kommentare, für wen wir noch ein Paket verpacken sollen. Und falls auch ihr bestellen wollt, geht einfach hier auf den Account, in der Bio kommt ihr zum Link des Shops. Wir haben extra für die Veganer jedes Produkt, das vegan ist, mit vegan gekennzeichnet. Grüße gehen raus vom süßsten Shop im Netz.